Das Ding ist, ich glaube, ich habe so langsam das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die weiß, wie die Poltergeist funktioniert, oder? Ne, ich weiß ja, wie sie geht jetzt. Naja, ich habe es euch ja gezeigt, aber Schwendi weiß, wie die Poltergeist funktioniert. Ich kenne den Poltergeist, aber ich kann da nichts mehr drunter mit verbinden sein. Oh, ein Creeper! Geil! Boah, das ist mein neuer bester Freund! Ich habe gerade einen Enderman gehört. Ja, ich habe auch. Schwendi, wo bist du? Ich will dir meinen neuen besten Freund vorstellen. Äh, ich bin hier. Ich bin hier geil. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ich habe euch mal ein bisschen Musik angemacht. Oh! Voll süß, Ola! Voll süß! Oh, der bewegt sich! Der lebt ja noch! Lebt der noch? Nein, der lebt nicht, Liara, der lebt nicht. Der lebt nicht mehr, habe ich gehört! Oh, ich bin schon wieder Traitor, was soll denn das? Schwendi, wenn du schon wieder Traitor bist, ne? Ja, aber was passiert dann? Das weiß ich auch nicht! Gekko, das hier ist halt einfach genau mein Tech-Trop-Pack, was ich drin habe. Das ist wunderschön. Hm. Hallo. Oh, geil, was ist das? Ein Enderman? Ja, okay. Oh, geil! Hä, ist das... Was ist das? Hä, willst du mich verarschen? Ich mache hier ein Enderman. Ist ja mega geil, alter, Liara! Schwendi, was war das? Nein, das ist Mo. Hallo! Ein Enderman! Ja! Ja! Aaaaaaah! Jetzt schieße ich Schwendi in den Kopf. Wo ist er denn? Ii! Er ist weg! Du wirst dir niemals in den Kopf schießen können! Wie hat er das getan? Es ist und bleibt ein Geheimnis! Aaaaaaah! Was ist denn da? Klinge? Wir sind Schweine! Klinge? Wir sind Schweine und die schlafen! Oh, wie süß! Was zum Zerf... Achso, das war Feuer. Klinge? Und da... Gekko, warum hast du Schaden? Ja, weil mich jemand abgeworfen hat mit einer Feuergranate und so. Gott, ist das ein... Ja. Schwenny? Ja. Was ist denn los? Schwenny? Ja, was denn? Ja, was ist denn los? Ja, da war das so ganz unschuldig. Achso, okay. Hm. Hm. Okay. Okay, okay. Weil irgendwer wirft hier mit Feuergranaten um die Gegend. Ja, ich bin fast tot schon wieder. Was, ne Insel war das oder was? Ich glaube. Aber ich wollen wen. Ich meine, ich glaube, das ist die einzige Feuergranate, ohne die es gibt. Nur Klinge. Oder hat hier noch was anderes dran? Ja, ich bin gerade am überlegen, ob wir eine Traitor-Waffe haben, aber nein. Insel-Derry? Hallo, Klinge. Hört ihr mich noch? Ja. 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 Also, soweit ich weiß, haben wir halt ne Smoke, die Disco und die Insel-Derry. Okay, na gut. Oh, da ist jemand abgekackt. Da ist jemand gestorben. Das kann aber nur... Ein toter Ender. Das muss Liara sein. Aber wir waren alle... Ich trau dir nicht. Was denn? Ne, wir waren wirklich alle hier. Das muss... Deswegen, das wundert mich. Schwenke, wo warst du vorhin, als ich hier Schaden genommen habe? Das ergibt keinen Sinn. Ich war auf jeden Fall nicht hier bei dir um. Ich war unten beim Ufer. Ja, ja. Beim anderen Ufer. Aber wie ist das jetzt gerade passiert? Ja, hier hat jemand ne Granate hochgeworfen. Oh. Aber eigentlich waren alle hier oben. Hier ist ja Blut. Guck mal, hier ist ja Blut. Hier stand ich. Oh, Null. Und da wurde ich fast gekillt. Okay. Aber durch das Feuer, ne? Ja, ja. Durch die Granate, durchs Feuer und so. Also irgendwas, irgendwer. Was zum zerpflückten Huhn. Langwarm. Das ist wie scharschenklingel. Was denn? Aus. Oh, okay. Oh, okay. 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 Oh nein. Oh, okay. Ha! Das ist ein Creeper. Ja, das ist ein Creeper. Lebt er noch? Lebt er noch? Ja, klar. Guck mal, wie er lebt, ey. Richtig. Quietsch für den ist der. Schau doch. Richtig sprunghaft. Voll gut aus, ey. Aber schön, schön. Ich will nie. Der will nur noch kuscheln. Der will nur kuscheln. Kuscheln will der. Nein, das ist nicht wahr. Wer war das? Ja. Wow. Wow. Du Schwellen. Alter. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, du Sau. Ich dachte es mir fast. Du hast mich umgebracht mit der Granate, ne? Ne, also ich war das mit der Granate, aber ich hab dich ja nicht umgebracht. Ich hab dir nur ein bisschen damage gedehlt. Ja, du warst das, du kleiner Sau. Und ich bin einfach nur ganz doof gefallen. Was ist das mit ihm? Ich wollte gerade sagen, mit Lea hatte ich nichts zu tun. Ja, das weiß ich. Ja, ich bin nur ganz doof gefallen. Das glaub ich halt nicht. Das war einfach so boch. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Instant. Dann darf ich dich ja töten, wenn ich dich sehe, oder? Guck mal, sag den Krieger dazu. Nein, 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 Schwendi, Schwendi, das machen wir beide jetzt untereinander aus, hab ich gehört, ja? Guck mal, guck mal, guck mal her. Nein, 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 Schwendi, nein, 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 nein. Du musst hier mal oben gucken. Ich hab gehört, ich hab gehört. Wenn ich dich sehe, darf ich dich umbringen. Ich will gerade ein sehr intensives Vier-Augen-Gespräch mitbringen. Ja, ich glaub auch, ich darf dich, glaub ich, umbringen, hab ich gehört, Schwendi. Ach, guck mal, da ist er, ja. Wenn ich dich sehe, darf ich dich töten, hab ich gehört. Ich immer. Schwendi, wenn wir beide Traitor sind, dann ist das ja gar kein Problem, wenn wir uns killen, oder? Nö, gar kein Ding. Also auf drei dann gleichzeitig, komm, so. Ja, komm, machen wir, oder? Ja, komm, jetzt bleib doch mal hier. Ich zähl. Von drei so runter. Dann schießen wir einfach. Drei, zwei. Ich hasse den. Ey, bitch. Ich fahr'n Bauerwagen. Klingel. Ich fahr'n Bauerwagen. Alles war so schön. Äh, lalalalalalalalalalalalalalalala. Ach so. Hm? Ach guck mal. Ich geh'n nicht die Aussicht. Leider. Aber ich wüsste ganz gern mit dir teilen. Wo bist du drin? Was? Ich fahr'n. Ich fahr'n. Was? Ich fahr'n. Du machst es nicht besser. Oh, Leute, ey. Schwenny, wie geil war unser Tod, bitte? Oh, schön, sehr schön. Oh, ich krieg' mich nicht mehr hin. Wie geil war unser Tod, Schwenny, Alter. Das ist einfach anders demliegen. Es ist einfach so klar, dass er in der Toilie dazuschlägt, Alter. Oh, Gott. Schön runter. Ich fahr'n. Ich fahr'n schön. So ein Lachflash, einfach. Ich auch, Alter. Ich muss mich so zusammenreißen, da hab' ich mir gedacht, ach, scheiß drauf mach' einfach. Ja, das war, das war super. Bitch, ich fahr'n. Ich dachte so, das passt jetzt einfach richtig gut. Ja. Voll gut, voll gut. Und vor allem, das Lied hat aufgehört zu spüren und ich bring' einfach als letztes noch Klinge um. Also richtig, pass'n Teil mehr. Richtig schön. Also wenn die Runde nicht auf YouTube kommt, dann werd' ich traurig. Okay, kommt nicht. Das war eine meiner besten Runden. Und meiner schnellsten. Findest du? Seh' ich nicht so, ne? Doch. Nee. Nein. Zusammen mit dem Wendelautor. Definitiv nein. Computer sagt nein. Find' ich schon. Der Gerät. Der Gerät schneidet dünner Fleisch, schweißfrei. Der Gerät ist vor dem Chef. Chef im Geschäft. Was? Sehr schön, Alter. Als ob du das auswendig kannst. Dünner Fleisch. Was ist das? Was? 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 Ohne Huge. Daumen wurde fast umgebracht. Gehkau. Achso, ne. Das Ding ist, äh, kackt. Roggebecher. Der Enderman spreizt seine Beine für mich. Das find' ich sehr schön. Was? Was? Lasst uns alleine hier oben, bitte. Hier geht's richtig ab. Hört euch das mal an. Okay, was? Ich hör's. Wo seid ihr? Ich hab Spaß mit meinem Enderman. Lass mich. Ah, ja. Höh, Schwenni. Gehkau. Moin. Ah, das ist so schön. Ich bin halt einfach erschrocken, okay? Höh, Schwenni. Warum reagiere ich denn jetzt alle so allergisch? Das ist so geil. Ja, warum nur? Hm, das, warum? Das verstehe ich jetzt auch nicht, ne? Ach Gott, Gehkau. Was war das? Geht's da runter? Geht's hier auch runter? Probier doch aus. Probier du doch aus. Ein Gruschen! Ein, wow, wow! Komm mal mit. Ja, wie süß ist der denn? Das ist jetzt mein Wachhundi. Da ist noch einer. Cool, die sind zu zweit. Nimm den doch auch. Schwenni. Schwenni, Alter. Das ist für dich. Nimm den Hund. Geil, oder? So, dann flieh ich mal ne Runde. Ach, Straße doch nicht. Boah, die heulen den, die heulen den Mond an. Ah, uuuuuh. Alles klar. Boah, die paaren sich. Wie süß. Okay. Oh. What the hell? Oh, Schmeini. Süß gesehen. Okay. Kann ich hier rein? Lol, da kann man nicht rein. Nicht? Nee. Ich will jetzt ganz kurz nochmal sprayen. Da kann man nicht rein. Tadaa, guck mal. Schwenni. Alter. Weil man da zuerst Bracke abschießen konnte. Ich dachte, da kann man dann doch rein. Hier an die Wand. Schwenni! Was denn? Alter. Was ist das? Guck mal hier an die Wand. Was zum? Ah. Ich hab gesprayt. Stimmt. Haben wir ja ganz vergessen. Oh, was? Alter. Kaktisko. War das? Wo kann man denn hier? Achso, warte mal. G war das doch, ne? Ja, nicht G. Ich bin mal gespannt, ob meins eingespeichert ist. Also, da bin ich jetzt mal gespannt. Warte. Loll, tatsächlich. Lol, guck mal, ich hab hier. Oh, Alter. Scheiß, Bochum, ey. Bitte was? Bruder muss los. Bitte was, Niara? Dafür bringen wir dich leider um. Ich mag allgemein kein Fußball. Bruder muss los. Bruder muss los. Bitte. Gehört. Ich mag allgemein kein Fußball. Muss ganz schnell los, Bruder. Ganz schnell. Aber er hat uns ja erst mal scheiß Bochum sagen, ne? Ja, 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 ja. Ich mag auch kein Fußball. Was ist denn los? Wenn ich sage, was für ein Fan mein Vater ist, dann kriege ich von mir in die Sühe haue. Ich geh mal da lang, dann schau. Bruder, da muss doppelt los. Hallo, Niara. Doppelt los, einfach. Muss. Das ist so. Bruder, hab noch nie so schnell Pornhub verlassen. Was? Weil Fati ist nämlich Bayern-Fan. Du musst bald. Ist voll okay. Eigentlich schon, ne? Ist voll okay. Woher und Bayern haben eine Fanfreundschaft. Ja, das stimmt eigentlich. Hab ich gehört. Du musst das richtig. Ja, ist richtig. Der Traitor, der hat nur noch dreieinhalb Minuten Zeit, hol mich gehört, geh. Ja, moin. Ja. Dann hab ich gehört. Ist meine Smoken. Smoken every day. Dö, 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 dö. Okay. Klinge ist Hurt. Hurt, Hurt, was? Hurt, Hurt, Klinge ist Hurt. Irgendwer hat gerade geschossen. Es hört sich fast so an wie eine Waffe mit Schalldämpfer. Geil, Alter. Schalli. Klinge ist Hurt. Hurt, es hört sich fast so an wie eine Waffe mit Schalldämpfer. Ja, eben. Hurt, Hurt. Hurt, Hurt. Klinge ist Hurt, Hurt. Ja. Ich vermute, dass Klinge Traitor ist. Ich vermute, dass einer von euch Traitor ist. Ah, ja. Ich höre Doggy. Oh mein Gott. Oh Gott, nicht die Doggy Gun. Willst du mich verarschen? Oh Gott, Klinge, nein. Ich hab die vor allem deaktiviert. Warum ist die noch da? Dankeschön. Nein, danke schön. Dankeschön. Alter, Scheiße. Oh Gott, die aktiviert sich doch geil. Äh, ich müde mich mal eine kurze Runde, aber ich bin trotzdem noch da. Bis gleich. Boah, das ist aber sehr mies. Bis gleich. Bis morgen? Was? Schön. Schöne Scheiße, du. Was für Runden. Aber echt, echt. Was ist da los, Herr Brecht? Ja. Was kannst du eigentlich? Also, Apollo 13, bist du geschnappt über? Apollo 14. Apollo 14, Alter. Ich bin ein Idiot, mein Bruder. Ich bin ein Idiot, mein Bruder. Ganz genau.